Gut 1700 Zuschauer verteilen sich auf Gästeblog und Südtribüne. Aufen aber die Gäste aus Lotte. 23. Minute. Wer das Torwart? Tobias Dufner orientierungslos. Das 1 zu 0 für den Aufsteiger. Und wir werden in der zweiten Halbzeit nutzt. Und so kommt es. André Day trifft zum 2 zu 0. Und in der Schlussphase Dicker. Nauberg mit dem 13-0-Endstand. Ein misslungener Saisonstart für die Bremen. Auch die nächsten beiden Heimspiele trägt Werders 2. im Weserstadion aus. Gegen Zwickau und Osnabrück kann es eigentlich nur besser werden.